einfach mal starten und dann schauen wir spielen weiter wo wir aufgehört haben ja machen wir einfach mal weiter gut schauen wir resum das ford klicks und just ford likes jetzt mal ganz kurz schauen wir aufgehört haben ich bin immer noch in dem raum mit den ganzen bücher stapeln ja ich auch okay ich auch wie ging es das noch mal mit mit rechter Trigger rechter Trigger als greifen genau dann hier hoch und hier hoch ach ja hier muss man dann so über klonk klonk nein oh gott das wird los jetzt fast verkackt ich bin gleich am klavier ja ich bin schon drüber okay warte noch kurz ab bis es zurückschränkt stimmt da kommt ja der typ und ja das creepy guy fuck ich vergesse immer wieder die triggertaste zu drücken ja das kenne ich ach ja wir müssen die 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 koppel kriegen jetzt stimmt genau So, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, auf dem Klavier bin ich schon mal. Und wenn er jetzt nicht am Seil hängt, ach, er hängt am Seil fest. Aber ich habe es trotzdem noch geschafft, aufs andere Bücherregal. Den Weg nach oben. Oh, that creepy guy. Oh mein Gott. Ja, genau, hier haben wir aufgehört. Oh shit. Muss ich ihm jetzt hinterher? Ja, ein bisschen. Mag ihn nicht. Ich auch nicht. Ach, jetzt weiß ich aber, wo wir sind. Alles klar. Gut. So, nichts darunter schmeißen. Klettere, 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 du scheiße. Ah, knapp. Oh shit. Hier darf ich jetzt keinen Mucks machen. Das hat er nicht gehört. Vielleicht soll ich den Affen werfen, wenn ich an den Würfeln vorbeikomme. Ich habe einfach alles in einem anderen runtergeschmissen. Ich komme an dem Affen vorbei, das ist schon mal gut. Ich werfe mal den Affen wieder. Ja, perfekt. Okay, ich habe ihn schon mal weggelockt von mir. Jetzt ist ja vorne noch so eine... Das war klaus. Das war klaus. Jetzt hier rein. Hier runter. Geh weg von mir. Ich habe jetzt noch so eine seltsame Spielruhe, mit der ich ihn weglocken könnte. Ja, okay, hat funktioniert. Jetzt muss ich ihn hier reinlocken, hm? Ausch. Nein, das funktioniert doch nicht. Okay, ich bin jetzt durch die Luke durch. Im nächsten Raum. Gut, 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 gut. Feuerzeug, wo ist das denn? Warte nur kurz ab, was der Typ macht. Ne, der ist aber auch da hinten, okay. Nein. Wärts doch da dagegen. Frage ist jetzt, wie kriegen wir die Kurbel aus dem Raum raus? Ich habe sie raus. Gehen Sie jetzt nochmal mit dem Schieben? Schieben? Über den Koffer. Wie kriegst du die Kurbel hier raus? Ja, was macht ein Fernseher normalerweise? Geräusche? Ja. Okay, ich trage mal die Kurbel Richtung Tür. Oh Gott. Ach, die Steuerung. Ich bin an dem Part vorbei. Unnütz. You can do this, my friend. Ich versuche die Schützung. Immer wieder springt auf den Fernseher hoch. Dann dann weiter. Wow. Warte mal. Ich glaube, man muss den Wagen hier ziehen. Kann das sein? Ja. Ich warte mal, bis das Schiff nach rechts schwankt. Auch wenn er einfach selbst wegrollt. Nee, nee, der rollt nicht weg. Doch, tut er. Ein bisschen zumindest. Na, nie mal. Aber er wegt sich noch ein bisschen, ja. Komm her! Okay, man muss ihn glauben, dass das Dampfding schieben, dass man drüberkommt. Ah, du musst ihn noch weiterziehen. Brauchst ihn später nochmal. Ja, ich hab's gerade gesehen. Oder? Nicht wirklich, nein. Doch, doch. Ach so, zum auf den... Ja. Türgericht zu springen. So. Ja. Oh. Ähm. Ach du Scheiße. Wow. Was schwingt da unten am Seil herum? Mein Gott. Schleiche mal lieber. Ich nicht. Hier ist eine Luke, aber da ist ein Gitter davor, oder? Nee, nachts auch, das kann man einfach aufdrücken. Hier zieht's. Oh, ne Laterne. Da ist ne Spalte, das gefällt mir nicht. Was machst du? Was machst du? Muss ich jetzt Angst haben? Hach. Ah! Oh! Ah! Ah! Sssss. Oh ph... Natürlich hat er mich sofort. Ich hätt weiter rennen sollen. Hey! Wie komm ich da vorbei? Was? Was? Ich bin verwirrt. Oh mein Gott! Ich bin durch. Das ist gesquiktet. Okay, okay. Bin auch durch. Okay, okay, okay. Oh Gott! Ja und wie komm ich jetzt hier weiter? Was? Die Druck kriege ich nicht auf. Was muss ich hier tun? Lass mich in Ruhe, Alter! Oh Gott! Lass mich weg! Oh Gott, da hab ich. Oh Gott! Aber das Buch kriegen wir doch nicht auf von hier. Er hat mich schon wieder. Vielleicht muss man einfach nur Druck halten, wo es hier zu geht. Hm, schon wieder. Ja, dachte ich auch so. Ah! Shit! Man kann was am Käfig machen, der unter der Tür klemmt. Ja, sobald er seine Hände nicht noch hat. Mhm. Ja. Ich hab ne Strebe rausgezogen. Ja. Ich hab ne Strebe rausgezogen. Ja, ich auch. Aber mich hat er dann. Instant. Scheiße. Okay, anscheinend musste man noch ne Strebe rausziehen. Nein! Fuck. Okay. Ja, noch ein zweites Mal die Strebe. Ja. Dann geht auch die Luca auf. Die haben ihn seiner Arme abgetrennt. Nein, nein! Oh Gott. Sie wollte nicht anfassen und dann... Okay, ich bin in der Luke drinne. Dank Bescheid, ob du so weit bist. Ich hab ihm seine Arme abgetrennt. Oh Gott, lerbt mich schon wieder. Ich dachte, ich könnte es schnell machen. Scheiße. Wir sind einfach ein bisschen gerade drin. Ich hab die Fessl. Zieh, 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 zieh! Ja, die Fässer, die Fässer! Zieh dran, zieh dran, zieh dran! Yes! Die Arme zippen, zippen noch rum! Ist ja ekelhaft, wie ne Schlange! Gittigittigitt! So, bin durch! Okay, perfekt! Dann ab zum nächsten Raum! Weicherbildschirm ist schon mal ganz gut! Ladebildschirm auch! Ja! Okay! Okay! Hä? Okay! Hier ist meine Leiter! Okay, dann mal schauen, was hier links ist! Ich find das ehrlich gesagt gut, dass du ihm die... Arme abgefüllt hab! Oh mein Gott! Nervt er wenigstens nicht mehr! Ah, du kannst dich an die Haken dranhängen! Aha! Dachte ich mir doch, man muss da was machen! Alter, ist das creepy! Das Monster da oben möchte ich nicht kennenlernen! Aber er hat mich gesehen! Okay, dann schauen wir mal! Oh mein Gott! Und ich krieg schon wieder Hunger! Natürlich! Wow! Na, was gibt's diesmal zu essen? Wieso denkst du, dass er uns sieht? Hm! Nur so ne reine Vermutung! Ich wär mir nicht mal so sicher gewesen! Natürlich! Ich hab's gewusst! Es gibt ne Rate zu fressen! Ich hab's gewusst! Ich hab grad ne Rate... ne Falle... ...zuschacken gehört! Schon ein bisschen krank! Ein bisschen! Aber... Ja! Gut! Was isst man nicht alles, wenn man fast am Verhungern ist, ne? Oh Gott! Die Musik danach noch! Alter, hättest du jetzt grad was Gutes getan! Gott! Okay, hier kommt ne Sprung-Einlage! Na, du hast gegessen! Das ist doch gut! Warte und ich! Ich! Okay! Was sind das eigentlich? Sind das Leichen? Ich! Will's gar nicht wissen! Ich bin vor der Tür mit den Blutspuren! ... vor der Tür mit den Blutspuren! Ja, ich laufe gerade durch. Bewegt sich was? Oh, komm her da. Ich brauche dich da drüben. Oh, das Ding kann man lenken. Oh Gott, die Geräusche sind salzam. Okay, wie ein Messer. Der Schwamm spritzt Wasser raus, wenn man darüber läuft. Sehr detailliert. Fällt mir. Oh Gott. Hier ist der Kost. Yep. Gott sieht da aus. Oh mein Gott. Oh Gott, der hat mich gesehen. Oh Gott, der hat mich gesehen. Nein, oh Gott. Meist du dich auch in den Topf rein? Er hat mich im nächsten Raum erst gesehen. Ja, er schmeißt mich in den Topf. Okay. Nein. Fuck, 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 fuck. Geh weg von mir. Oh, ich nehme eine Karotte mit. Okay, jetzt bleibt er die ganze Zeit im nächsten Raum, okay? Nein. Fuck. Ich bin in den Ofen gekommen. Das heißt? Klapp ist zugegangen und er ist auf mich aufmerksam geworden. Oh, scheiße. Jetzt bin ich unterm Tisch. Mal abwarten. Könnte ich mich noch irgendwo verstecken? Oh, mein Gott. Nein, und ich glitze fest. Das hat er mich vorhin entdeckt. Er stopft mich in den Fisch rein. What the fuck? Ich bin noch keine Füllung. Fisch gefüllt mit Kind. Lecker. Ach, da bist du an den Ofen herangekommen. Okay, okay. Ich verstehe. Oh, scheiße. Scheiße. Okay, konnte ich mich verstecken. Huh. Huh. Oh, das kommt. Das Game ist so... Die Kreaturen hier, so freaky und... Oh, krass. Geh jetzt weg von mir. Was habe ich getan? Fisch, komm. Oh, Gott. Er hat mich zum Glück nicht gesehen. Nice. Das Creepy. Ich bin aber noch in der Küche drin. Ich auch. Aber ich sehe eine Treppe im Hintergrund. Er kann mich gar nicht gesehen haben. Was ist denn hier los? Was spenden da? Na, danke, dass er nicht aufs Essen draufhustet. Oh, Mann. Oh, Mann. Scheiße. Echt jetzt ins Spiel. Unter dem großen Tisch sieht er mich. Nee, da, wo der Fisch draufliegt. Ja, ja, ja. Da hat er mich nicht gesehen. Aber, oh, hast du irgendwo einen Schlüssel gesehen? Nee. Da hat er doch einen Schlüssel am Ende. Für den Vorhängeschloss. Verdammt, wo ist der Schlüssel? Jetzt hat er mich schon wieder. Und ab in den Topf. Klub. Er will nur, dass du regelmäßig baden gehst, ne? Ja, genau. Hygiene ist sehr wichtig, ich weiß. Allerdings, ja. Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass es irgendwas mit dem Eimer am Anfang auf sich hat. Aber ich kriege ihn nicht ungeschützt. Du kannst nur ein bisschen an ihm wackeln. Immerhin ist der Typ nicht zu groß. Oh Gott, er hat mich gesehen. Was macht er jetzt? Willst du mich jetzt von hier oben runterkriegen? Ist nicht groß genug dafür, Digga. Was genau hast du jetzt vor? Was genau hast du jetzt vor? Zum Glück hat er keine Idee. Wo soll ich ja einen Schlüssel sein, bitte? Ich weiß es nicht. Aber du kannst am Ende am Schrank hochklettern und dann oben auf die Balken hoch. Da müsste der Schlüssel vermutlich hier oben irgendwo sein. Ich weiß zwar nicht, wie es wo er hier oben sein sollt haben. Das muss ich mir vorstellen, ne? Ich muss mal nur noch elf machen. Okay, nee, nicht wirklich. So happy, so happy, so happy. Da den Fisch, okay. Was steht hier drauf? Halm, okay. Hm, interessant. Oh, ne Kerze. Okay. Mal is, wie ich, nào? Genau. Ich bin ja. Vielen Dank.